Die Mission, die da hinten im Raum steht, keine Ahnung was es ist, das werden wir gleich sehen. Das war gerade der Spanner-Move am Fenster. So Leute, herzlich willkommen wie vor zwei Wochen schon erwähnt. Ihr wisst ja, dass in der letzten Woche mein Laptop etwas gestreikt hat. Und jetzt gibt es nun eine neue Folge von Infamous Second Son. Das ist schön, dass du das nächste hast. Wir folgen nun, falls ihr es vergessen habt, den Lichtstrahlen oder die Markierung von ihr. Denn sie sucht für uns neue Kern-Relais, um neue Power zu bekommen. Wollen wir doch mal hoffen, dass die Power etwas Gescheites ist und nicht so ein Schrott. So, wo haben wir ein Licht? Licht, Licht. Lichtstrahl bitte. Da ist Licht. Oh, baff. Das ist toll, du bist einfach unsterblich, kannst unterstützen, wo du willst. Das macht dir nichts, du bist der Käse. Der Käse. Alter, alter, alter. Jetzt werde ich auch noch befeuert hier. Befeuert. Ja, apropos befeuern, das erinnert mich an die Zockerei vorhin. Privat. Ja, ich zocke auch privat, nicht nur für YouTube. Oh, welche Überraschung. So, jetzt haben wir das Problem, dass ich voll den Lichtpfad verloren habe. Und sieht es auch gut aus. Ja, und zwar habe ich vorhin etwas GTA Online gezockt, was ich übrigens nächste Woche veröffentlicht werde. Da habe ich schon mal ein Auto getunt, Alter. Fahr aus der Garage und kriege einen Headshot von so einem elenden, perfekten, ähm, lieben jungen Mann, der gemeint hat, er müsste da warten, bis ich wieder rauskomme. Dann habe ich ihn abgeknallt, so freundlich wie ich halt bin, ne. Hallo und servus und tschüss. Da ist es. Da ist es, wunderbar. Und da hat doch tatsächlich, ähm, dieses Sackgesicht auf einmal verstärken geholt. Waren auf einmal drei Leute da, sind auf mich los. Ich habe gedacht, alter, was geht bei euch schief? Vor allem, ich habe eigentlich nur mein Auto getunt, weil ich gemeint habe, boah, ist das so geil. Das war nach etwa drei Sekunden oder so war es im Arsch. Komplett durchlöchert und später auch mit dem, äh, Raketenwerfer hochgejagt. Halten Sie ja eins. Oh, halten. Wuhu. Ja, so in der Art hat es dann etwa ausgesehen. Das war schon echt kacke. Ja, er gibt dich, du Sau. Alter. Folgen Sie, fetches leuchten in Brandspuren. Was für Brandspuren? Das ist Neon, das ist kein Brand. Brand ist das, was ich mit meiner anderen Kraft mache, die ich, glaube ich, momentan gar nicht einsetzen kann. Was? Total scheiße, Mann. Ist da oben noch Brand? Oh, da geht's. Nein. Was? Meine Rauchkraft ist weg. Nein. Die Rauchkraft, oh mein Gott. So, da haben wir Licht, Licht. Licht ist immer gut, ich müsste einfach länger rennen können. Weil irgendwie bringt es mir nicht die paar Meter hoch und jetzt renn ich wieder normal. Total schwerbehindert ist das. Oh, da wurden wieder ein paar. Fetsch, wie ich sehe, fängst du die Dealer jetzt doch lebend. Kann das vielleicht sein, dass ich... Ja, liegt da irgendwo einer? Ah, oder? Da liegt doch gar kein Dealer, wie kann das sein, dass der... Nein, ich glaube nicht, dass ich der Grund zu anziehe. Scheiß drauf. Nur für deinen offensichtlichen Sinnesfall. Da geht's hoch. Da geht's hinter. Da geht's runter. Da haben wir überall Brandspuren. Was auch immer das für ein Brand sein soll. So, nächste Spur. Nächstes Glück. So, ich bin jetzt hier. Leute, wo ist die nächste Spur? Seht ihr sie? Hallo? So, nochmal in die Richtung da weiterrennen. Sieht aber schlecht aus, weil da vorne voll der Stützpunkt ist. Habe ich gar keinen Bock drauf, irgendwie. Möchte ich gar nicht tun. Geben Sie mir mal ein bisschen Kraft wieder. Ja, genau. Wir müssen die Raketen wieder auffüllen. So. Ähm, ja. Mein Hals, mein Hals. So, retten wir schnell ein paar Leute da. Servus. Ja. Ah, da hinten haben wir ein Signal. Stopp. Alter. Ja, der hat sogar zwei. Zwei Beine. Überraschung, er hat zwei Beine. Was, ich wieder eine scheiße Lava heute. So. Okay, so. Falls zwischendrin mal kurz etwas Kratz liegt es vielleicht dran, dass ich hier gerade mit einer Ponchitis aufnehme. Was sehr scheiße ist. Irgendwie da mein Bruder, wie ihr vielleicht wisst, ja nicht zum Tüber Day konnte, da er Fieber hat. Und jetzt legen wir beide zusammen hier und jeder ist krank. Läuft, ne? So. Kratzig, kratzig. Sag mal, bin ich da nicht hochgekommen? Mann, ich bin so verwirrt, Mann. So confused. Da oben ist was. Da, da, da. Flitzen wir die Wand empor. Ja. Oh, da gibt's was. Da gibt's was zu holen. Gib mir deine Scherbe. Jetzt bin ich hier oben und nun geht's hier runter, aber ah, tatsächlich. Ich komme. Ich komme. Sehr gut. Gib mir aus den Augen, du kleiner Dickens. Ähm, ja. Und heilen wir den kleinen Jungen. Heil. Nun gibt mir die Power, was bekomme ich nun? Was bekomme ich? Der grinst immer so dreckig. Oh, was ist das? Oh, das sieht mir nach so einer Superattacke aus, wie das vom Rauch. Nur ein bisschen härter, so wie es aussieht. Spüre die Macht des Lasers. Disco, Pogo, dingelingeling. Gut, dass ich kein Sängel geworden bin. Ja, ein Karma-Strengen. Ja, wenn du dir das Ganze irgendwann mal in der Nähe hast. Ja, das war ich. Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Über die Drogen, die laufen. Ach ja? Das ist schön. Ich bin jetzt, die schmierigen Ziele zu jagen, bis auch nur China. Aber wenn wir weiter oben in der Raumkette ansinnen. Hab ich eigentlich, oh, ich habe genug Scherben, glaube ich, um mir irgendwas zu leisten. Sollen wir auf Rauch gehen oder wieder eher auf Neon vorerst mal? Gehen wir vorerst mal auf Neon, würde ich sagen. Glaube ich. Was haben wir da? Äh, weniger Energie, aha, aha, aha. Oh man, die Medikamenten von Bronsche, das machen mir doch schon starkes Sog drin, Leute. Das schmeckt nicht ganz so gut. Komm, gleich alles da rein, damit wir eine Power mehr haben hier. So eine Rakete. Raketenstyle. Warum kannst du das nicht entziehen? Gib her. Okay, toll. Ja genau, ruf du mich noch an. So, und jetzt stehe ich hier dumm in der Gegendraum, oder was? Ah, es wird löscht. das ist schön. Gut. Und das ist gut und böse, der wird, aber wir weten ja alle, ich bin gut, guter Mensch, ich gut Mensch. Aber wo gut Mensch? Gib mal her. Wow. Alter, chill deine Nuggets. Komm doch mal raus hier. Komm, komm, komm. Sag mal, bist du behindert oder was? Platz. Springen jetzt die ganze Zeit da rum. Alter. Bleib doch mal geschmeidig, bleib doch mal stehen, Junge, damit ich dich mal ordentlich sprückeln kann. Hahaha. Und rette die Passanten. Und entziehe der Scherbe Energie. Ja. Oh. Und gehe in Deckung. Komm, hier die Ego-Shooter-Skills raus hier. Oh, voll versaut. Ego-Shooter, 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 yeah. Und nochmal. Bats, Bats. Ich bin der King. Glaube ich. Mal. Oh, da ist ein Graffiti-Symbol. Was mit. Wer trötet da? Trötet da was? Da, trötet was. So, ausgetrötet. So, Graffiti-Symbol, da kann man bestimmt was sprayen. Huhuah. Hallo. Tatsächlich hier kann man sprayen. Fisch voran, natürlich. Shuttle den Player. Shuttle den Player. Jetzt geht's ab. Ja, eine Kotze, eine Kotze, so wie es aussieht. Gibt das hier? Ganz schön Fett-Cab hier. So, die Katze gesprayt. Genau, zack, zack, zack. Bisschen schwarz drüber, das ist eine schwarz-weiße Katze, so wie es aussieht. Bisschen was in die Pfälten unten. Ne Bugel. Das gesiescht. So, das gesiescht. Sieh schon stylisch aus, irgendwie. Jetzt tut er sich so, wie es sich das andere noch ein bisschen austoben. Alles klar. Voller Styler hier. Kuckucks. So, jetzt haben wir schön die Power, ein Power-Move aufgeladen für die, Mission, die da hinten im Raum steht. Keine Ahnung, was es ist. Das werden wir gleich sehen. Das war gerade der Spanner-Move am Fenster. Nicht so schnell. Kampf den Drogen. Keine Macht den Drogen. So. Servus, Leute. Lasergirl. Lasergirl, alles klar. Toll. Der Superheld ist da. Servus. Servus. So. Ich bräuchte mal neue Kräfte hier. Ich habe kaum noch was davon. Das ist ein Schild. Da kriegen wir neue Kräfte her. Gebehe. So. Wer braucht schon Bergie, Martin, äh, Marine, äh, äh, ähm. Was hat dich aufgehalten? Mädchenkrab. Bin an den Docks. Und ich bin hier auf dem Dach. Und ich bin hier auf dem Dach. Und ich bin hier auf dem Dach. Darum arbeite ich so ungern mit mir. So. Machen wir ein auf Scharfschützen. Alter. Ich habe eigentlich gedacht, Scharfschützen sind unentdeckt. Warum greifen die mich direkt an? Leute, Leute, Leute. Ihr seid Elend der Penner. Wisst ihr das? Ich will doch nur mit euch spielen. Nehmt das Laserschwert. Abhol Laserschwert. Demnächst kommt der neue Star Wars ins Kino auf. Nehmt das hier haben wir auch. Nehmt das hier haben wir auch noch. Verpiss dich. Hahaha. So, was ist mit dem Haus da? Nix, oder? So. Boom, boom, Bats. Gibt's auf der Latz? So. Renne du nur so weit du kannst. Du kommst mir nicht. So. Da gibt wieder eine auf. Ich komme. Ich bin der King. Der King. Ich frag mich sowieso, warum die alle auf mich schießen und nicht wegrennen, wenn ich komme mit meiner füllen Kraft hier. wenn er hardcore, wenn er hardcore assi macht. Ja. Zack. Vor allem fangen sie ja fast an, lebend. Das muss man mir doch eigentlich hoch anrechnen hier. Ich könnte ja alle gar einfach auf den Schädel schieben, dann wären sie alle tot. Aber das ist nicht cool. So. Lade wieder Selbstheilungskraft. Hihi. Habt ihr gedacht, wa? Krass. So, du da oben. Hi. Ich bin denige, angenehm dich kennenzulernen. Ich bin der Kleine. Was ist los? Wenn du den Lachdhasen? Alter. Der Kuhn. So. Nja, 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 nja. So. Jetzt ist der King da, jetzt wird geackt. Gib mir deine. So. Drogen. Sind das Drogen? Ja, komische Drogen. Das ist eine Mischung aus Koks und Gras. Ich tagge alle Drogenboote, damit du leichter siehst, welche du ausschalten musst. Mann, hältst du's nicht mal fünf Minuten aus, ohne irgendwas zu sprain? Hallo. Deckung, Deckung. Geht mir alle aus dem Blickwinkel. Zack. Ja, so langsam hab ich's raus. Ja, 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 komm, komm. Nicht laufen, das ist unfair. Okay. Okay. Hapade. Hapadeh. Tch, 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 tch. Bitteschön. Jetzt hast du's leichter. Ich suche die andere Hausboote und finde die Drogen. Schön, abgesoffen. Das freut mich. So, wo sind wir dann? Ah, wir sind schon da. Ah, da sind die, wo alle liegen. Uff, danke. So, Leute, was geht ab? Ich bin der King und sitz im roten Sessel. Nein, eigentlich nicht. Ich sitz eigentlich auf dem billigen Holzstuhl hier. Äh, lass mich in Ruhe. Selbstheilungskraft, bitte. Shit. Ich sitz einfach. Äh, ich bin nur zu weit drüben. Alter, ich brauch mich die ganze Zeit, um Feuer zu nehmen. Ich will auch mal. Alter, ich hab keine Neunkraft mehr. What? Neon, Neon, Neon. Neon, Neon, Neon. Wie hab ich das gerade gemacht? Keine Ahnung. Das ist ja das Witzige an der Geschichte. Oh, 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 oh. Das ist so witzig. Ach, ne. So, jetzt haben wir gerade alle gelitten. So. Ich bin mir viel mehr erwischen. Einer, zwei oder ne? Das ist schon da nur, ne. So. Der Ende mit hat natürlich richtig übelst gelitten. So kommt ja voll die Breitseite ab hier. Scherbe, Scherbe, Scherbe. Danke, danke, danke. Warte, dägen. Was denn das da für ne Scheiße hier? Warum gibt's da hinten noch ein Haus? Ich bin so verwirrt. Ach, kein Wunder, dass ich nichts finde, Fetch. Von wegen Delphine. Das ist eindeutig ein Tümmler. Verwechseln die meisten. Aha. So. Was ist eigentlich mit dir? Ja. Steht man halt einfach mal so rum, ne. Wie man's halt so macht. Ah, stimmt. Das markieren muss ich ja auch noch. Ei, 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 ei. Warte, ich hab was gehört. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Ach, tatsächlich. Eine Prostituierte. So. So schnell geht das, ne. Schnell mal eine Prostituierte gerettet. Du hast nicht gesagt, dass auch nicht. Dann ist alles gut. Ich hab's gehört. Dieler benutzen die Kuppen bestimmt als Schutzschild. Das war eine ziemlich große Lieferung. Das Zeug muss auf Wissensis noch ein Wohr sein. Da, 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 da. Flatsch, genau ins Wasser. So ist das schön. So wollen wir das sehen. Und einfach schön ins Wasser rein. Juhu, Badzeit. Brauchen wir noch ein bisschen Badesalz. Hallo, ist da Badesalz drin? Badesalz? Nein, sieht nicht aus wie Badesalz. Können wir trotzdem ins Meer kippen. Hallo. Werden auf diesem Boot Frauen von zweifelhaften Ruf gegen ihren Willen festgehalten? Das ist schön. So, jetzt haben wir die auch gerettet. Und jetzt können wir es sprayen. So, jetzt sind alle. Toll. Klasse. Alter. Warte, es ist alles schwer, es ist in den Fuß zu treffen hier. Leute, Leute, Leute. Ich brauche die Powerattacke für da vorne. Wenn die Masse kommt. Die Masse, du Menschen. Alter. Ja. Tolles Boot ist im Weg. Das ist aber schön. Na gut, eher scheiße. Alter, hör auf mir die Leute wegzunehmen, man. Ich brauche die für meine Powerattacke. Noch einer, noch einer. Ja. Jetzt seid ihr alle am Arsch. So. Und nehmen wir alle her. Und jetzt geht's ab. Power. Power. Lasse die Power frei. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht alle erwischt habe. Aber, na doch, die schweben sie mal hinterm Haus. Das ist sau komisch, man. Wie kann das sein? Das ist so ein Rätsel, dass wir die Menschheit niemals entstücken können. Wollen wir die Festung stürmen? Ah, warten wir lieber. Sollen die zu uns kommen? Oh, gut. Das ist schön, das ist schön. Warum kommst du nicht zu mir aufs Dach und genieß das Feuerwerk? Ich setze nämlich gleich alles um einen Kliff, dass du die Haus freien konntest, bevor wir die Boote in die Luft jagen. Können wir ja mal machen. Servus. Sertig? Dann machen wir mal Licht in der Bucht. Feuer frei. Ey, die Attacke will ich auch. Habe ich die auch? War eins inge kleiner, Mann. Haha. Bist viel cooler, Mann, wie ich. Ich zerteile dich, zerteile dich. Ja, ja, so ist das. Mir hat fast von alle verwechselt. Folgen Sie dem Transporter der Dealer, ohne entdeckt zu werden. Das ist jetzt... Ja. Machen wir das mal schnell. Wir bleiben besser auf den Dächern, damit wir nicht knacken. Wir dürfen sie bloß nicht verlieren. Folge dem Bus. Dem Bus der Busse. Springen wir da hoch. jetzt kann ich dich was Persönliches über das Ding immer noch den Bus der für den Transporter der Kumpus ist ja ein Transporter so Alter oh du Glückliche oh du Seewige ich weiß ich bin leicht geistig krank so ein wenig manchmal leicht am Abdrehen leicht psycho ich entwickle manchmal eine leichte Psycho da stelle ich mir immer vor wie ich Leute töte oh du hast wieder ein ganzer Haufen Leute was ist hier los ist kein Plan ein Plan ein Plan ein Plan ein Plan ist ein Plan ist ein Plan haha zwei weniger Hauptsache daneben geschossen so muss das sein rin nicht weg du dreckiges Schwein Deckung 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 gib mir Neon gut das war's nicht da ist jemand im Laster was haben wir da drin oh hey Mädels geht genau es wird nämlich bald keine Drogen mehr geben das dauert nicht und wechseln sich ja wechseln sie wechseln sie glaubst du dass man ein paar Fiesen und das gerade eben so ein kurviger Schatten hier wird das Leben retten ich glaube du hast mich gerettet vielleicht natürlich habe ich das hallo ich bin der King und sitze im roten Sessel nein ich sitze immer noch auf dem komischen Holzstuhl hier ich muss mir unbedingt mal einen chilligeren Sessel zu legen das ist ja ja schön man ich gehe voll ins Kreuz hier gute Zeit äh soll das der Versuch eines Flirts gewesen sein 2 und zu bis dahinten ich bin oder die da vielleicht näher zu fischern ja du magst nicht für die Trocken kann nicht hier ohne Zeitrauffe eine stylische Olaf sich weg Olaf sein Seeschock Uuuuund, was haben wir nun? Ein kleiner Fake, Kampf den Drogen. Haben wir abgeschlossen, das ist schön. Hey, bin gerade erst wach. Warst weg? Ja, ich war gerade bei der anderen Frau in meinem Leben. Neon-Hat. So, was auf, Neon-Hat hat jetzt kein Lischen. Ihr Kerle, wollt ihr mal dasselbe? Übrigens, ich glaube, dein Bruder wäre stolz auf dich. Meinst du, weil ich Dealer umgebracht, Drogen zerstört und Sexsklaven am Teil haben? Gut, würd ich mal sagen. Gucken wir mal, dass wir uns weiter Richtung, ähm... Boah, ist jetzt schlossen. Richtung, ähm, Augustin vorkämpfen oder wie immer die nochmal heißt. Keine Ahnung, ich hab gerade den Namen vergessen. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein!